In Deutschland tritt die gesamte Parteiführung der Grünen geschlossen zurück. Was der Rücktritt der Grünen-Führung für die deutsche Bundesregierung bedeutet, ist noch nicht absehbar. In Berlin könnte das Implodieren der Grünen auch zu Neuwahlen führen. Mit dem Chaos bei den Grünen fällt jetzt eine von drei Ampelparteien komplett aus. Nach den desaströsen Wahlen in Ostdeutschland schiebt die Partei nun Kopf. Erst jüngst fielen sie in Brandenburg aus dem Landtag, schafften die 5%-Hürde nicht. Und 10.30 Uhr traten die Chefs der Grünen bei einer Pressekonferenz auf. Die beiden Vorsitzenden begründen den Rücktritt mit dem schlechten Ergebnis bei der Wahl in Brandenburg. Nouripour zeigte sich bei der Pressekonferenz entsetzt. Es braucht Veränderung. Die beiden Vorsitzenden der Partei wollen einen Neustart. Unsere geliebte Partei bat Nouripour um eine Neuwahl des Vorstands am nächsten Bundesparteitag in Wiesbaden. Die Grünen befänden sich in der tiefsten Krise in einer Dekade, sagt Nouripour. Deshalb hat der Bundesvorstand am Morgen entschieden, dass es Zeit ist, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen. Wir werden die Partei deshalb bitten, zu unserem Bundesparteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen. So seine Worte. Ricardo Lang verabschiedete sich mit den Worten, es war uns eine Ehre, dieser Partei zu dienen. Jetzt wird über die Nachfolge spekuliert. Übernehmen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock die Partei wieder? Das scheint ausgeschlossen. Bei den Grünen gibt es immer noch die Trennung vom Amt und Mandat. Minister und Parteivorsitzender ist also unvereinbar. Außerdem werden sich beide wohl nicht in die Schlangengrube der Partei setzen. Das wäre für die nächste Bundestagswahl für beide ein zusätzlicher Malus. Realistisch ist, es kommt ein unerfahrener, unbekannter Kandidat aus der Partei, dem die Grünen einen Neustart zutrauen und den gleichzeitig aufbauen. Lang sagt es, sie wolle nicht am eigenen Stuhl kleben und Verantwortung übernehmen. Beide sprachen von der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Ein vorzeitiges Ende der Bundesregierung nahmen die beiden nicht in den Mund.